Auf dem Weg zum Anfang des Gängertages und da kriegt der einfach ein Shiny Pins hier. Ich werd bekloppt. So, willkommen zurück. Wieder eine weitere Folge Pokémon Go. Und heute ist Gängertag und wir sind wieder mal richtig gehypt. Da hinten steht der Rest. Da ist der Ghetto-Bus. Und hier ist die Arena, an der wir jetzt starten. Irgendeine Tafel, ich weiß es gerade nicht, den Thüringer Wald erleben. Und wir sind natürlich wieder am Start. Da kommt natürlich noch der Thomas, der ist auch wieder dabei. Der fährt dann mit seinem Auto und seiner Kolonne noch hinterher. Wieder von Arena zu Arena. Alles mitgenommen auf der Jagd nach Shiny Gängert. Und wie ihr alle gesehen habt am Anfang, der Bob hat sogar schon ein Shiny Pins hier bekommen auf der Fahrt hierher. Nur kurz danach hat der Leon auch ein Shiny Pins hier bekommen. Also der Tag fängt schon mal gut an. So, jetzt ist es natürlich genau um 11. Wir gehen jetzt mal schnell rein, weil der erste Raid fängt natürlich jetzt an. Hoffentlich schaffe ich es noch. Bin auch nicht zu spät. Es sind nämlich schon alle drin. 58 Sekunden. Wir werfen natürlich noch schnell ein Glücksei ein. Glücksei. Ein Sternstück können wir auch noch dazu nehmen. Davon haben wir eh zwei Millionen. Schon wieder 1,8,7. Diese Zahl verfolgt mich irgendwie. Seid ihr alle drin, ja? 19 Mann? Das ist ja richtig vollgepackt. Shiny. Die Bekloppte. Da ist es natürlich tot. Bei 144. Greift aber nochmal an. 14,42. Gut, versuchen wir mal so einzutüten. Nein, ich bin nämlich immer noch empfangen, wie deine Community hier sehen kann. Okay, ja. Nun kämpfen wir weiter. Vielleicht schaffst du es ja so. So, jetzt natürlich die große Frage. Hat jemand denn Shiny? Shiny! Ich habe es natürlich nicht erkannt, aber erst als es aufgeblitzt war, kam dann der... Guck mal, das sieht genauso aus. Da kennst du es eigentlich nur an dem Zeichen oben drüber über den WP. Boom! Und das nächste am Start. Sehr schön. Nein! Shiny! 14,96. Okay, du hast den 14,85. Sonst nichts. Na, wie denn, wenn du die ganzen Shinies wegfängst? Ich habe sie gesehen, weil ich sie fangen wollte. Ja, das ist nicht meins. Ist nicht meins. Das ist Liliers. Da. Ein Shiny-Hunderter. 14,96. Und es glitzert und funkelt. Also Glückwunsch dafür, dass es nicht deins ist. Ja, scheiß ich gar nicht. Ihr habt es hier schon alle aufgeführt, weil manche haben doch keinen Hunderter, manche haben doch keinen Shiny. Ich habe einen Hunderter. Ich habe einen Hunderter. Genau. Bekannter Arena natürlich. Am alten, verlassenen Kinderheim. Mitten in den Wald. Und das nächste mitgenommen. Vor allem sieht es jetzt so leer aus. Jetzt sind plötzlich alle Menschen fort. Kaum läuft man im Wald rein. Es sind alle fort. Shiny! 14,69. Boom! Hier zu sehen. Und da unten, guck mal, ich habe sogar zwei Bälle auf einem Handy, mit denen ich spielen kann. Jemanden Shiny? Jemanden Hunderter? Ja, der Papa hat einen Shiny. Jemanden Sandwich? Da einmal. Hui! Und da nochmal. Hui! Okay, super. Das war doch cool. Drei bei einem. Das ist ja wie in alten Zeiten. Shiny! Shiny! Ja! Boom! Da haben wir eins. Genau. Und da haben wir das nächste. Oh, der Filipone mit dem Shiny. Der Freund, das ist der Team. Hi, my old friend. Der erste Raid vom Filipone und dem Shiny. Wenn er das sieht, ne. Ja klar, gelbe Beere drauf und rein in die Tüte. Was schmeißt du da rum, Mann? Sehr hilfreich. 14,44 geht es noch schlechter. 14,92. Oh. Irgendwo auf dem komischen kleinen 8,90. Was hattest du? 14,44. Ob es noch schlechter geht? Ich habe 14,37. Shiny Pins hier im Tü. Was? 9,94. 9,94. Ja, wieder nicht bei mir. Gut. Hat jemand einen Shiny? Nein. Die Scheiße schneidest du raus. Oh. Die meiht doch noch gar nicht. Shiny! 14,30. Ich habe kein Shiny. Ich habe auch noch Känz. Zeig mal. Ich kann mich doch noch schmeißen, aber... Puh. Ey, das ist das höchste bis jetzt. 14,92. Kannst du das selber versuchen? 14,92. Ja, die Anna hat das höchste. 14,30. Uh. Können Sie mal bitte eigentlich vorlesen? Also man merkt schon, da hinten denen geht es richtig gut, ne? Die haben richtig Spaß. Leon geht es richtig gut. Spaß beim Tierarzt. Noch kein Shiny. Ich habe einen Shiny. Halt's mal rein. Ich halte mal was rein, ja. Ah, ich sehe nichts. Was? 14,75. Ja. Ist sogar richtig gut, ne? Du kannst nicht fangen. Du bist richtig dahin, du Penner. Noch jemand was? Nein. 14,82. Ich hörte schon das Lied. 14,85. Na ja. Ja, ist okay. Ich sag nichts mehr. Immer noch kein Shiny. Das sieht doch schon wieder aus wie ... Shiny. Shiny, ja. Hier auch. Boom. Auch noch dabei. Ach, guck mal. Klapp wie ne Flunder. Kein. Juhu. Ich komme mir gerade vor wie in so einer Pokak-Show, wenn man hier sitzt und die ganzen Leute stehen um einen rum einfach nur. Aber egal. Wir fangen erst mal das Teil und melden uns dann zurück. So, viel Spaß noch. Wir sehen uns. Tschüss. Boom. Da schließt die Tür gleich wieder automatisch. Das seh ich schon. Mit Kabooms. Und weiter geht's natürlich. Der Herr Frosch war auch wieder da. Das macht er jedes Mal. Kommt der Mann und fülle. Ich bin der Philippone. Der hat schon nichts. Er hat wieder nichts. Sehr schön. 14,92. 14,92. Gönn dir. Aber nicht bei mir. Shiny, 14,30. Und ein 14,96. Auf dem großen. Und wieder da. Nice. Schon mein drittes. Liebe Community von Ramses der Dicke. Ich mache heute den Philippone mein letztes Gänger. Immer noch kein Shiny. Oh. Wie dein letztes. Was ist los mit dir Bruder? Das geht nicht. Und dann. 2 Shinies. 2. Was? 2 Stück. 14,40. Und 14. Keine Ahnung. Kann man nicht lesen. Tut mir leid. Boom. Bing, bing. Macht's da. Sonst keiner? Nein. Gut. 14,56. Nein, Shiny. Bing. 14,92. Sehr schön. Das ist ein was. Noch ein 98er. Das war jetzt auch schon der letzte in Schleusing. Jetzt geht's natürlich weiter nach Hildburghausen. Wir liegen richtig schlecht in der Zeit. Schon 13.10 Uhr. Nur noch 50 Minuten. Und da müssen wir einiges weglassen. Nicht mehr aussteigen. Einfach nur noch durchrotzen. Fertig. Der Hunger in deinen Augen. Wir sind jetzt in Hibu angekommen. Die Gemüter sind runtergefahren. Schlafstimmung ausgebreitet. Und die Frage natürlich. Jemanden Shiny? Nö. Ach ja. 71 das höchste. Hat jemand was Höheres? 77. 80. 80. Bietet jemand mehr? 71 habe ich leider noch. Ja genau. 71 ist nämlich mehr als 80. Schreibt's mal in die Kommentare. Gut, dann verkauft für 80 an die Frau vor mir. Jemand was dabei? Nein. Okay. Nicht. 74. 81. Okay. Hat er wieder mal gewonnen. Wir haben übrigens einen Mann verloren. Dahinten ist jetzt leerer Platz. Der ist nämlich auch geplatzt. Was? Ich dachte das ist mein Vater. Shiny. Shiny. Zeig mal. Mit 14,91. 14,91. Sehr schön. Nice. So. Hat jemand irgendwas bekommen? Vielleicht ein Gänger oder auch nicht? Ich habe keinen Gänger. Kein Shiny dabei? Nix? Niemand? Ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck? Wiii. Was? Zweite Shiny. Geil. Aha. Aber das ist das erste Mal. Wo denn? Hier. Boom. Mit wie viel? Kenne ich nicht. 14,42. So. Nächster Raid. Blablabla. Nichts. Gar nichts. Und... Shiny. Wieder auf dem Großen. 14,42. Wie viele hast du jetzt schon? Tja, das wüsstest du wohl gern. Und 14,80er hier noch drauf. Nehmen wir auch noch mit. Wir fahren jetzt trotzdem mal zum Pissmark-Turm und schauen mal, ob da noch was geht. Nein. Das kennst du eigentlich viel. Die Verfolgung ist aufgenommen. Boom. Und da fliegt der ganze Schmodder durch die Gegend. Immer wenn man es eilig hat natürlich. Hier kommt auch noch einer entgegen. Hm. Ja, vielleicht haben die auch einen Raid gemacht da oben. Bruder, lande. So. 14,05 Uhr. Ihr seht, die Zeit ist eigentlich schon längst um. Aber hier ist noch neun Minuten. Ein Gänger da. Am Bismarck-Turm natürlich wieder. Weil da immer keiner hin will, hingeht oder zuletzt erst sieht. Letztens war der sogar noch über eine Stunde da, glaube ich, beim Lavados. Jetzt sind wir nochmal schnell reingehüpft hier. Wir machen den letzten Raid für heute. Dann sind wir auch fertig. Kleine Auswertungsrunde noch. Bob ist Pissen. So. Wichtige Infos am Rande. Da hinten stehen die Pferde. Jetzt hab ich schon gedacht für den Sechser. Ne. Bist du drin? Ja. Sehr schön. Letzte Runde. Das erste Mal waren mindestens fünf Liter. Fünf Liter. Boom. Der Fünf-Liter-Bob, ab heute genannt. Zehn Leute in der Lobby. Na endlich. Endlich greift mir mal jemand in die Hose. Wenigstens älter das war. Hast du auch noch ein Feuer einstecken? Ist auch in der Tasse leer. Ich hab auch noch ein Feuer einstecken. Die Tasse ist tief, gell? Also bis jetzt ist das eigentlich gut aus. Auf dem großen sind da etliche reingekommen, wie ich das gemerkt hab. Und ich würde sagen, beim Lavados waren es insgesamt trotzdem mehr, glaube ich. Aber dafür haben die anderen ja reichlich Pinsier eingesammelt. Obwohl heute gar nicht Pinsiertag ist. Saßen auch lauter Pinsier überall. Alles voll. Und da ging es ja in einer Dur. Scheini hier, Scheini da. Wo ich leider keins bekommen hab. Aber ist ja noch nicht um. Dafür haben wir ja bei Gengar erst mal zugeschlagen. Und vielleicht kann man sich ja wieder was ertauschen oder von den Zweitaccounts rüberholen. Sehen wir dann. So, letzte Runde, letzte Frage natürlich. Jemand noch ein Scheini bekommen jetzt? Ja. Ja. Aber du hast ein 98er. Seher. Ein 98er. Zeig schon mal. Aber ein 100er war ja. Ja, fängst du das? Oder soll ich selber fangen? Nö. Wo war das Scheini? Einmal bitte kurz. 63, glaube ich. Kann ich nicht lesen. Hat genauso viel wie meins auf jeden Fall. Leider meins kein Scheini. Kann ich auch nicht. Ich hab die Lesebrille nur zum Spaß. Mal versuchen mit einer Hand hier zu fangen. Boah, richtig krass wie der Ball komplett ausrastet. Oh mein Gott, was ist das? Genau, und beim Scheini fährst du nicht verschlossen. Erster Ball. Bitteschön. Ich hab keine Hand frei. Gebt das Hand frei. Und wir werfen mal nichts. Sehr schön. Du mal, dass wir hier irgendwo abstellen. 14,92. Ruf an. Boom. Und da ist es natürlich auch im Kasten. Viele haben wir heute gar nicht gefangen. Haben auch immer auf die Bären verzichtet. Die will man ja jetzt Spanik goldnen, weil die nicht mehr so... Nein. Ein Pins hier. Kein Scheini. 109. Das ist ja immer schlimmer. Ach, hier oben kackt es echt rum. Ich glaube, das Handy ist einfach nur komplett überlastet gerade. Vielleicht auch, weil die Aufnahme schon drei Stunden geht. Und deswegen... Ein Mist, ne. Der wird zwischendurch. Jetzt ist es halt ganz reingesteckt. Da wäre wenigstens Ruhe. Ruhe im Karton. Oh, wir melden uns gleich natürlich zur Auswertung zurück nochmal. Wer möchte. Das ist nur auf frawilliger Basis. Frawawalliger Basis. So, dann kommt die kleine Auswertungsrunde natürlich. Jeder hält nochmal sein Ding in die Kamera. Und wir sehen genau, wie viel los ist. Wir fangen nochmal an hier drüben. Wie viel Shinys haben wir denn bekommen? Eins. Und ein Shiny Pins hier aber dazu. Und hier sind es? Eins. Eins. Das sind ja schon zwei. Weiter geht's. Mit dem Herrn Peter. Also ich habe einen Shiny Pins hier und einen Shiny Gänger. Einen Shiny Pins hier, einen Shiny Gänger mit 91%. Sehr schön. Wollen wir da weitermachen? Ja. Drei Stück. Und ein Shiny Pins hier noch. Ja. Dreiundsechzig da das höchste. Wunderbar. Sehr schön. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Zwei. Zwei. Und ein Shiny Pins hier. 14,91. Ja. Sehr schön. Und bei mir auf dem großen Account sind es... Echt jetzt? Sind es fünf Stück geworden. Sind es fünf Stück geworden. Der Eifers Soft ist aufgestiegen auf Level 39. Der hier ist schon lange 40. Es geht also voran. Hat sich wieder mal gelohnt das Event. Hat auch wieder Spaß gemacht. Zwischendurch gab's auch Milchschnitte. Der Snack für heute. Nein, das ist keine Werbung. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Mal sehen, was der nächste Tag bringt. Was der nächste Raid Boss bei so einer Tour werden wird. Bis dahin. Viel Spaß noch. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.